so wir befinden uns jetzt hier am anderen ende des floramos gebietes und hier gibt es halt auch ja ich sag mal ein wanderweg mit einem schild wo es etwas zu sehen gibt und das möchte ich euch auch einmal zeigen dadurch dass auch dieses ja wie gesagt direkt am weg dran ist bzw auch über google maps direkt ersichtlich jetzt werde ich euch auch zeigen wo das ist und da haben wir hier das sogenannte geheim labor ein gebäude was so nie fertiggestellt wurde aber dennoch ja auch zu 1942 sollte hier mal wohl flugbenzin geforscht werden wie man das herstellt dann haben wir hier hinten noch ein gebäude das schauen wir uns zuerst an oder gebäude überreste und das wohl ja unterkunft war und hier war das gebäude das ja das labor was nicht fertig geworden ist aber das hat einige sachen im keller oder im untergrund das werden wir uns auf jeden fall einmal anschauen da werde ich auch gleich die ellis box laufen lassen und weiter hinten ist auch noch ja ein gebäude was gebaut wurde und ja hierzu mache ich natürlich auch wieder alles an die ist ganz schön feucht geworden bei mir ist ganz schön innen drin so und dann gehen wir mal so ich habe jetzt mal einen cut gemacht bzw musste ich gerade versuchen die ellis box wieder heile zu kriegen weil die gesponnen hat und irgendwas ist damit ich weiß nicht ob es feuchtigkeit ist oder noch vom runterfallen das muss ich mir mal genauer anschauen daher geht das jetzt ohne box weiter vielleicht noch nur die batterien alle merkwürdigerweise das ist dann irgendwie komplett entzogen hat das ganze aber nicht so schlimm das kriegen wir auch so hin ja ich gucke trotzdem ein bisschen hier drauf mal gucken ob wir irgendwas haben energien die sich hier bewegen könnten ansonsten haben wir hier das schöne ja gebäude was zu dem labor gehört ziemlich lang man sieht hier noch so ein bisschen fundamente einzelne räume würde ich jetzt mal sagen zieht sich auch ziemlich lang ich weiß noch nicht ob vielleicht hier unten auch mal ist noch runter ging das wäre durchaus möglich weil da vorne geht es nämlich auch runter und ja haben dann da so kleine bereiche hier mal aufpassen dass man nicht runter fällt das möchte ich nicht genau da haben wir zwei räume die aber nicht wahrscheinlich mit den also ich glaube so wie das aussieht sind die anderen räume nicht begehbar und ja somit war es das unterkunftsgebäude so dann mache ich jetzt noch mal einen kurzen cut und dann sehen wir uns gleich beim labor wieder so machen wir weiter jetzt haben wir das labor haben gerade den fahrradfahrer vorbei schauen wir uns mal an was für möglichkeiten wir haben also hier ist auf jeden fall einiges mehr an essen runter gekommen als beim letzten mal da war noch nicht so viel da hier drinnen auf jeden fall einige räume runter tropft das trifft ja an mehreren ecken runter wenn man das so an den decken sieht kann man da auf jeden fall einmal rum gehen man könnte auch hier oben drauf klettern ich will lege das machen wir zum schluss wobei versuchen das jetzt einfach mal so gucken wir uns das ganze an ob man tatsächlich war ich hier oben bisher noch nicht wie man sieht gemäß des schildes fehlt hier das dach das wurde nie fertig gestellt und hier haben wir dann ja räumlichkeiten matsch hier waren definitiv auch leute gewesen man sieht ja auch spuren von leuten die herumgelaufen sind die natur ist hier fleißig an nahrung sammeln lassen wir die mal dann gehen wir hier wieder runter denn hier gibt es nämlich keinen richtigen aufgang ich hätte schon gerne interessiert was die alles hier zu sagen hat dann haben wir hier auf jeden fall auch noch eine räumlichkeit man kommt hier auf jeden fall auch da unten zum teil rein ja ich überlege machen wir das probieren wir das sieht nämlich alles sehr glitschig hier aus da geht es auch lang da komme ich vielleicht wieder hoch da suche ich mal unser glück richtig abenteuerlich das ganze hier brauche ich zumindest für euch keine taschenlampe das handy hält das zum glück sehr gut auf dann seht ihr auf jeden fall feuchtigkeit was durch die wände geht und ja hier wächst moos und da tropft das da hinten haben wir dann zugänge zu den anderen räumlichkeiten aber das sieht eher aus für lüftung oder andere räumlichkeiten dann haben wir hier wo wir auch noch die ganzen eisenstreben zum teil sehen ich glaube das war's was wir von hier aus begutachten können tja ich schaffe das hier ohne großartig meine sachen gleich zu machen ich bin begeistert so haben wir noch einen kleinen punkt denn in die räumlichkeiten über von oben gesehen haben kommt man niemanden und hinter bierflaschen gesehen hat auch rein definitiv waren wir in letzter zeit auch noch leute und hier machen leute auf jeden fall auch regelmäßig feuer es riecht nämlich auch noch verbrannt da ist feuerholz hier könnte die feuerstelle sein aber hier das trifft hier auf jeden fall in allen ecken überall flaschen das ist nicht so schön dass das sein muss ja hier haben wir die beiden räumlichkeiten von der anderen seite und hier haben wir dann noch das was wir von ganz vorne gesehen hatten komplette wand mit moos bedeckt und dann haben wir hier noch einen kleinen bereich mit holz mit erde da ist auf jeden fall auch noch einer der gerade filmt ja das war's auch schon zu diesem bereich hier so ist man hinten ja dann gehen wir noch mal kurz zu dem anderen gebäude was es noch wirklich gab dann haben wir das auch fertig wobei hier oben sehen wir noch eine anhörung wo man auch hätte hingehen können aber da ist halt nicht viel ja dann bis gleich so wenn wir den weg nämlich ein stückchen wieder zurück gehen richtung norden der gabelung haben wir hier nämlich das nächste fundament von einem gebäude ich würde meinen das gehört bestimmt dazu zu dem ganzen komplex was es hier gibt weil es halt eh nicht aufgebaut ist wie die anderen da hinten scheint auch was eingestürzt zu sein aber was interessant auf jeden fall ist oder interessant ja dass es hier auf jeden fall auch noch einen bereich gibt der offen ist wobei der erste war letztens noch nicht da da haben leute auf jeden fall ein bisschen was gebastelt hier sehen wir auch noch Rohre also das hier unten wird wahrscheinlich auch Heizung oder Abwasser oder sowas gewesen sein und da sieht man so gar nicht ja gut da ist er da da geht es nicht rein da haben wahrscheinlich die leute versucht zu gucken wie weit es da rein geht hier ist auch so ein kleines feuer ich kann mir gut vorstellen dass Jugendliche sich hier niederlassen und Laufpartys machen oder anderes kein Unterstand oder Pfadfinder wer weiß was es hier so alles gibt jetzt noch hier mal kurz versuchen ein bisschen rum zu gehen war es das auch also hier gibt es noch keinen weiteren Unterstand und aber auch keine weiteren Gebäudeansätze ja das waren so die Lost Places des Floramooses beziehungsweise die Ruinen davon ich hoffe ihr fandet es durchaus interessant wie gesagt gerne auch zum selber begutachten wenn ihr mal in der Nähe seid und ja auch sehr leicht zu sehen vom Waldweg ja Waldweg alle möglichen Sachen also alles was hier ruinentechnisch in diesem Floramoose ist ist leicht einsehbar und leicht begehbar vom Waldweg aus und ja in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder wieder Ciao